hört ihr das leute hört ihr die hunde ich lebe hier wirklich im wilden norden hier sagen sich wölfe und füchse und bären gute nacht hier und elche und hier hat jeder sein hund ja also der bär wenn nachts kommt der wird bemerkt und deswegen hat man die hunde auch gut was ist topic ich lade euch alle ein morgen 18 uhr meine nächste reaction auf fritz meinikers 7 versus wild staffel zwei panama folge 9 und das mache ich mal in eine extended version verbunden mit einem frühstück mit gast ich hoffe ihr seid alle dabei wird ein indoor frühstück aber mit einigen überraschungen und wie gesagt long version hey leute no coffee no worky was kostet die welt amitiele schon her wie sie es immer dann wir sehen uns morgen bye bye jetzt aber die reaction gibt es aber nur wenn der technische it blitz mich nicht beim scheißen trifft ja und obendrauf gibt es die geschichte vom aufmarsch